Corona kurz erklärt. Heute Folge 12 und damit vorerst die letzte Folge vor der Sommerpause. Noch einmal wollen wir den Blick werfen auf das SARS-CoV-2-Virus oder auch das neue Corona-Virus genannt, das uns weltweit seit etwa einem halben Jahr beschäftigt. Es gibt uns nach wie vor immer wieder neue Rätsel auf und wir wissen einfach immer noch relativ wenig. Mosaikartig kommt der eine und andere neue Wissensbaustein dazu. Obwohl das SARS-CoV-2 oder neue Corona-Virus nicht zu den unbedingt mutationsfreudigsten Viren gehört, hat es doch etliche verschiedene Varianten hervorgebracht. Verschiedene Medien berichten seit einigen Tagen von einer neuen Virusvariante mit der Bezeichnung G-614. Ihr wird das Potenzial zugeschrieben, besonders infektiös zu sein. Die Berichte gehen auf die Veröffentlichung von Ergebnissen einer Studie aus dem Los Alamos National Laboratory in New Mexico, der Duke-Universität in North Carolina und einer Forschergruppe der britischen Universität Sheffield im amerikanischen Fachjournal Cell zurück. Es handelt sich dabei um eine Variante von SARS-CoV-2, die durch eine Mutation an Position 614 des Spike-Proteins gekennzeichnet ist. Dieses Protein befindet sich in den typischen kronenartigen Ausstülpungen der Coronaviren. Die Mutation führt zu einer Veränderung an der Oberfläche des Spike-Proteins, mit dem SARS-CoV-2 an dem ACE2-Rezeptor der Zellen bindet. Dadurch wird dem Virus offenbar das Eindringen in die Zelle erleichtert. Die neue Variante G-614 hat sich von Europa ausgehend innerhalb weniger Wochen weltweit ausgebreitet. Die in Selle vorgestellten Analysen zeigen, dass die Mutation D614G die Infektiosität des Virus weiterhin erhöht hat. Ein Einfluss auf die Schwere des Krankheitsverlaufs ist laut der Studie bisher nicht erkennbar, jedoch auch noch nicht abschließend geklärt. Belegt wurde in großen Laborversuchen aber, dass die Ansteckungsgefahr etwa sechsmal so groß ist. Das wird sichtbar an den immer noch exponentiellen Zuwachsraten der Erkrankung in vielen Ländern der Welt. Ich denke da besonders an die USA oder südamerikanische Länder wie Brasilien. Das Coronavirus hat an Gefährlichkeit nichts eingebüßt. Es ist halt nur noch infektiöser geworden. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund und fit. Auch ich verabschiede mich in die Sommerpause. Aber bitte bedenken Sie, das Coronavirus macht keine Pause. Deshalb, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss.